Herzlich willkommen bei der Firma Robert MEPC Tomaschett. In Kaiseraugst, wo einst die Römer zu Hause waren und dazu mal schon mit verschiedenen Waren handelten, befindet sich 2000 Jahre später an diesem Ort unsere Firma Robert MEPC Tomaschett. Wir sind ein kleines Familienunternehmen, das sich auf den Verkauf von verschiedenen Qualitätswaren im Bereich PC, Unterhaltungselektronik, Haus, Garten und tausend andere Produkte spezialisiert hat. Die Waren können Sie bequem in unserem Online-Shop bestellen oder bei uns im Shop, wo wir Sie auch ausführlich beraten werden. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten mit Robert MEPC Tomaschett auf www.robertmepc.ch Falls Sie ein bestimmtes Produkt nicht finden, werden wir es Ihnen gerne besorgen. Wir führen auch immer wieder preisgünstige Okkasionen. Wir bieten auch verschiedene Dienstleistungen für Privatkunden im Bereich PC, Hard- und Software sowie Support, Fernwartung, Reinigung, Reparatur, Aufrüstung, Datensicherung und Wiederherstellung an. Mit uns an Ihrer Seite wird Ihr PC so funktionieren, wie er sollte. Auch für Ihr Haus und Ihren Garten sind wir gerne tätig. Wir richten Ihre Bewässerungsanlage ein, den Rasenmäher-Roboter oder sind auch für Ihre Sicherheitstechnik unterwegs. Und das alles zu günstigen Preisen. Wir kennen keine Beratungskosten, denn schließlich ist es unser wichtigstes Anliegen, dass Sie zufrieden sind. Bei Robert MEPC Tomaschett finden Sie alles, was Sie brauchen, mit der besten Beratung und zu den günstigsten Preisen. Und wenn Sie sich mit Computern, Internet, Schreibprogramme etc. nicht auskennen, bieten wir Ihnen auch Schulungen für Anfänger und Senioren an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.